Ich weiß nicht mal was ich machen muss. Jetzt geht doch mal weg hier. Ich will den Knopf drücken. Glaubt nicht. Hier rein. Und. Und und und. Da kommt die Hand und. Nein. Was macht die Hand mit uns? Nein. Sie schickt uns in einen Kampf. Gegen einen mehr als starken Gegner der 256 LP hat. Und auch noch Mord abgreift. Schweinebriester. Geht das aber Mord? Mord, verdammt. Hier wird doch nicht. Los. Mord erreicht nächste Stufe. Äh nur eine geringe Entschädigung dafür, dass Ständi angegriffen wurde. Also nicht. Naja, hat doch was. Ja. Los, sie klonen. Zech, Zyklon, Attacke. Was ist das schon? Nicht mal für die links und rechts. Alter. Attacke. Kannst du, Zech. Rocket Punch, Kraftstrahl. Nein, Attacke. Klöpfen lassen wir das 400 mitte an, damit das erstmal weg ist. So. Dann machen wir den fertig. So. Dann machen wir den fertig. Und dann noch den rechts. Hier. Machen wir auch noch kaputt. Ich habe keinen Bock mehr auf Kämpfe. Hallo. Mann. Ah ne. Noch mehr. Wir können jetzt Laserwirbel. Richtig. Ja. Greif mich ruhig an. Mann. So. So. Laserwirbel auf alle. Meine Fresse. So. Zyklon auf die drei. Attacke auf... ...den da unten. So, damit werden die oberen schon mal vernichtet. Gute Schlacht und gute... What the fuck? He's still alive! Wir werden schon wieder elektrisiert. Warten jetzt? No. So, du machst den Platz. Und wir kümmert euch um die Vögel hier unten. Ah, noch nicht. Doch! Und der ist auch Platz. Sehr schön. So, ich hoffe, das war es jetzt mit Kämpfen. Wer jetzt wollte ich die gerne wieder... Kann ich das auch so? Nein, kann ich nicht. Scheiße, ich will nicht mehr kämpfen. Werner von den drei ist gleich rot, hab ich gesehen. Aber hier kommen wir runter, runter, runter. So, ich muss mal kurz Tonic einsetzen. Und du auf? Ich spiel jetzt nur noch bis zum nächsten Speicherpunkt, denn... Keine Ahnung. Keine Ahnung warum. Ich will einfach... Lass mal Pause machen. So, da kann ich wieder Zyklon einsetzen. Nein, Tech, Zyklon und alle auf einmal. Oh, lass doch mal mal in Ruhe, verdammt. Yeah! Alle tot? Alle tot. Nicht alle tot. Das ist geschehen. Was machen die? Was ist der Schläfte? Alter, das kann doch nicht sein, dass er jetzt noch geknackt. Das ist doch wieder wach. Das ist doch... 104 Erwohrungspunkte. Halleluja! Halleluja! So... Da ist eine Drohre mit einem Tonic... Nee, perfekt. Hier hinten... Auch eine Drohre? nicht wirklich schnell weg, bevor die Hand wiederkommt und da ist es doch! ist da nichts? ne, das war so ein Klopf, schau dich doch da wär was tja, so leicht kann man sich und, geh mal mal hier rein hier was verkämpfen, ist kein Problem, mach ich denn sind zwei Troonen, deswegen kämpfe ich auch take äh, nein, ne, Attacke, nein doch Kombi, äh, take, so fertig jetzt Kombi, nein, auch nicht, Attacke, los mach Platz, mach Platz du machst in der Pferde, obwohl du wirst es schaffen wollen äh, da ist es über den Naumangreifen sollen, ich hab da nichts gemacht nein, das Krono und Friedeln den brauch ich noch das ist mein Hauptkarer ja genau, Flamme oh Junge ich hab hier auch noch mal angreifen, doch, hä Wahnsinn na komm jetzt, lert dich auf mhhh lert dich auf, Krono und jetzt haut drauf so, das war's finito natürlich man, mit sowas hätte ich rechnen können, wer ist er so, hieß sie ja so, dann haben wir auch Finito Krone erreicht nächste Stufe perfekt so Hitter und Unterkunft nach dem Signalton den Kran mit zwei dieser Buchstaben bedienen Höh Ah, das ist wieder so ein Rätsel wir müssen erst NEEIN tut mir das nicht an nein, 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 nein wir müssen als erstes durch so eine andere Türe da kriegen wir irgendwo eine Information Hitter erhalten oh 400 Gold ich weiß nicht ich mach's einfach mal Kontrollcode für den Kran ATL KONO 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 es ist jetzt X A oder BB los alle auf den einen dann haben wir den schon mal vor allem wenn Robo angreift Robo ist ja irgendwie übelst hammerstark das war es auch schon so gut zu gehen 3 nicht zwei stunden um ja auch nicht mehr die Kunde die Zürcher zwei Stunden kommt man glatt ja im Stuhl-Geräte ist so ist ab und wie man die Kursen Nein! Ich habe ihn ausprobiert. Oh, wie ist der Junge auf Krono? Ich kapier's nicht. Wieder? Auf Krono? Das ist mir unbegreiflich. Und an dieser Tag mal zum Auf-Auf-Auf-Mol. Für Mol ist das nächste Mal dran, das wird besser heilen. Sonic Meat gibt's ja irgendwie nicht. Ach, jetzt auf einmal. Mach mal, ey. Den haben wir hier. So. Richtig. Die hätte ich beinahe vergessen. Die hätte ich beinahe vergessen. Wow. Die Krono ist gleich tot, sehe ich gerade. Scheiße. Wo werde ich denn am besten mal heilen? Grobo erreicht nächste Stufe. Grobo erreicht nächste Stufe.